Musik 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 Mach die Augen wieder auf, denn direkt vor deiner Nase lebt dein Leben, sei in Laub. Man kann es zu leben und zu lieben und zu genießen, sonst kannst du dich auch gleich hier und jetzt erschießen. Weißt du, nicht auch? Titelzeile, Titelbreite. Der Besetzer von Beckers Exfigur. Ich sage drei Milliarden Mal, ich bin die Besetzung. Aber das, naja, man versteht es noch nicht so ganz. Georg Beres, der sich auch Jesus Bruder Bauchi nennt, hat mit Gleichgesinnten das Anwesen Son Koi, das jetzt übrigens in unserem Sprachbuch auch Kaspao heißt, Hausfrieden, bei Artar besetzt, um es angeblich auf Vordermann zu bringen. Viel ist noch nicht passiert, der Medienrummel sei einfach zu groß. Habt ihr mal geguckt? Wie hast du das vorher ausgesehen? Viel ist noch nicht passiert. Guck mal, wie die Badewanne gerade aussieht, das hab ich noch nicht mal mitbekommen. Könnte auf RTL noch gucken, wie ich die vorher ausgesehen habe. Bauchi, erzähl mal, wir sitzen hier gerade im Jacuzzi, an einem Jacuzzi, den Boris Becker mal genutzt haben. Das ist ja in den Medien im Moment das Ding. Ein Tennisstar soll hier mal gewohnt haben. Ich glaube, es ist egal, wer hier gewohnt hat. Aber wenn man so wohnt und lässt das so verkommen. Wenn wir die Mietpreise sehen im Moment hier auf der Insel und manch einer kann sich nicht eine Wohnung leisten, wir haben auch Dachlosen und dann steht sowas leer. Ich glaube, deine Frage spricht für sich. Was soll ich dazu sagen? Bis auf, dass ich einfach keine Lust mehr habe, auf andere zu warten, damit anzufangen, dem da mal entgegenzuwirken. Wahnsinn. Wahnsinn. Unglaublich. Unglaublich, dass so Menschen, die über so viel Glück in ihrem Leben ja auch verfügen und so viel Geld verdienen, ob sie es verdient haben, ist eine andere Sache, aber dass sie es am Ende, dass es keine Rolle mehr spielt, dass dann so ein schönes Anwesen dann auf einmal hier so einen etwas erbärmlichen Eindruck macht. Also es ist echt, eigentlich ist es erschütternd. Und nichts anderes machen wir hier gerade. Gehört dein Mut zu? Bedingt durch die Verzweiflung, die dem Mut zugrunde liegt, könntest du auch sagen, das ist eine reine Verzweiflungstat. Aber ich sehe es für mich einfach eben als meinen Weg. Das ist das, was ich seit Jahren mache. Das hier ist dein Lieblingsplatz. Absolut. Am Hauseingang. Also man sieht, das sieht so richtig idyllisch aus. Er füllt jetzt eigentlich noch die Bank irgendwie. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Ich hoffe, die kommt dann auch mal. Auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt richtig. Also hier gibt es einen eigenen Tennisplatz. Es gibt eine eigene Bühne. Es gibt einen riesen Schwimmbad. Könnt ihr euch sowas leisten? Auf keinen Fall. Ich bin überrascht, was hier so für Prunk, sag ich jetzt mal, beziehungsweise für Vermögen aufgebaut wurde. Wie abgefahren man sein muss als Promi, sowas hier überhaupt einzubauen und sowas hier aufzubauen. Und dann, ich sag mal, Millionen von Werten verfallen zu lassen. Das ist für mich also unfassbar. Nicht prominenten Finkas besetzen, wie das gerade dargestellt wird, sondern Lebensraum zu retten und Leuten zu helfen. Also wir haben ja auch, also ich habe auch vorher schon Aufträge gehabt vom IHR oder für das IHR, wo es dann hieß, Bauri, kannst du mir helfen, komm hier fegen oder meine Finca sauber machen. Ich kriege am Montag Besuch und schaffe das alleine nicht, das alles auf Vordermann zu bringen. Ja, dann bin ich dahin gefahren, habe damit geholfen, die Hütte zu putzen. Dafür habe ich dann den Abend da stehen dürfen und hatte Strom und Internet. Hammer geil! Auf der Insel Mallorca ist es so, dass ganz viele Leute, die arbeiten wollen, Schwierigkeiten haben, Wohnungen zu finden. Im Vergleich dazu, Ferienvermietung, Wohnungen finden und solche Räume, passt das zusammen? Ja, eigentlich nicht. Das ist ein Wahnsinn. Wir haben schon gehört, was hier die Mieten kosten für die kleinen Leute, dass sie sich das gar nicht leisten können. Und hier verfällt alles. Das ist eigentlich nicht richtig. Ja, aber hier, ich würde sagen, ich sehe dann den schönen Baum. Das ist eine Art Kraftbaum. Wenn die Sonne stark scheint, haben wir auch den Duft der vielen Rosmarin hier. Da sind wir beim Thema, Strom gibt es hier nicht. Strom gibt es hier gerade sehr bedingt durch das, was die Solarzelle auf der Serenity an Strom liefert. Und wir arbeiten aber dran. Ich habe einen 6 kW Strom-Aggregat-Generator angeboten bekommen für den Hunni. Und ja, dafür geht jetzt gerade das Geld, was jetzt durch Medien reinkommt, da geht das hin. Jetzt werdet ihr ja eure Wandertour weitermachen. Ist das ein Highlight oder etwas Trauriges, wenn man sowas sieht? Ja sowohl als auch. Es ist ein Highlight, weil man sowas ja nun auch relativ selten die Möglichkeit hat, sowas mal zu sehen. Auf dem Privatbesitz von Boris Becker zu sein oder ehemals. Und auf der anderen Seite ist es auch wirklich tatsächlich erschütternd zu sehen, wie das hier vorkommt. Da fehlen mir eigentlich wirklich die Worte. Ich finde es sehr dekadent, dass man einfach so ein riesen Anwesen baut und das dann einfach so verrotten lässt. Darum fand ich es auch schön, die Möglichkeit zu haben, hier mitzuwirken. Ein bisschen sauber zu machen, ein bisschen schauen, dass alles wieder gut aussieht. Es schützt natürlich auch. Ich finde, sowas darf einfach nicht passieren. Vor allem nicht in der heutigen Zeit. Wenn man sich das jetzt aus anguckt, hier waren ja auch schon Kabeldiege unterwegs. Die haben sich das Kupfer geholt, was sie brauchen. So ein Raubbau praktisch schon betrieben. Willst du das alles wieder herstellen oder anders herstellen? Wir würden das nach Möglichkeit gerne möglichst sinnvoll lösen. Mein Traum gerade ist es, jemandem auch die Möglichkeit zu geben, an diesem Rummel gerade auch teilzuhaben. Und dadurch, dass er uns hier eine Solaranlage hinstellt, den wir dann auch bewerben. Aber ich möchte gerade nicht irgendjemanden bewerben, der sich dann da vor allem einen dicken, fetten Mercedes kauft. Wo so viele Leute eigentlich unter der Armut leiden und auf der Straße leben müssen, dürfen, sollen. Und dann gibt es sowas. Zum Glück ist Spanien da relativ offen mit den Gesetzen auch. Und so finde ich es schön, dass man auch die Möglichkeit hat, ohne dass man direkt wieder abgeholt wird oder irgendwie sowas. Mögt ihr mich mal eben ein kleines Stück mitnehmen? Also habt ihr euch das ja erst angeguckt für Fotos? Habt ihr hier irgendwas entdeckt, wo ihr sagt, Mensch, warum steht das jetzt hier rum und kostet eigentlich viel Geld? Fällt euch da was ein? Ich hab jetzt nur das hier gesehen. Wir sind auch noch nicht so lange. Also ganz viel haben wir noch nicht gesehen, bis auf das hier. Hier nebenan, da war so eine, ich weiß nicht, so eine tolle Lampe, irgendwas so altertümliches. Mögt ihr mir das mal sein? Also da habe ich auch überlegt. Eigentlich ist das was Tolles, aber ja. Das kommt ja so in die Richtung 1.8 hier so ein bisschen. Ja, also wir haben überlegt, was das ist. Aber offensichtlich gehört das Link da oben drauf. Das kann man eigentlich schon erkennen. Das muss hier irgendwie auch können. Ja, dann scheint das wahrscheinlich draußen irgendwo so, als, sag ich mal, um an. Ja. Oder hier in diesem Bereich, also das ist, Bestimmten Hingucker und auch nicht Berichter. Fehlen nur noch die Bediensthütten, die einem das Obst reichen und die Luft zufächeln, wie es so früher in Ägypten war. Bei Theopatra. So kommt dann das Wort. So kommt dann das Wort. Ja, ja, ja. Ich würde gerade viel, unsere Skizispiele im Größenwahn, kriege ich ja gerade die ganze Zeit vor mir hoffen, aber es ist halt so. Am liebsten, ah, da ist die Spinne. Alles klar, bleibt da. Dann weiß ich das mal so. Wir müssen hier auf den kleinen Kollegen mit aufmachen. Mein Traum hier gerade wäre, von SolarCity etwas hier hingestellt zu bekommen, weil ich weiß, dass dadurch die Visionen von Elon Musk subventioniert werden. Und der, der fährt schon einen Tesla. Der braucht so keinen Zweck, einen Mercedes mehr zu kaufen. Aber um seine Visionen einfach auch bekannter zu machen, würde ich hier wahnsinnig gerne dann mit ihm zusammenarbeiten. Ähm, einfach weil ich glaube, gerade von solchen Leuten die Zusammenarbeit auch gerade einfach sehr viel Sinn macht. Und da gibt es ja noch ganz wahnsinnig viele mehr. Ähm, was meinst du, das meint ihr? Das würde ich schätzen, was kostet so eine Lampe? Boah! Also ich bin da jetzt auch kein Fachmann, aber das ist auf jeden Fall alles krass. Das ist alles gearbeitet. Also ich sag mal so, wenn das intakt ist und in Ordnung ist, ich glaube nicht, dass man sowas unter 10.000 Euro kriegt. Also würde ich vermuten. Und hier ist es weg. Wenn man dann jetzt auf der anderen Seite hört, sind die Kleider eines Boris Becker und das hätte man zu Geld machen können. Ja. Ich denke auch, er hat einfach den Zeitpunkt verpasst. Ähm, er versucht ja offensichtlich, soweit man das mitbekommt, schon länger die Immobilie zu verkaufen. Damit ist er gescheitert. Ähm, vielleicht auch aufgrund zu höherer Ansprüche, also geltlicher Ansprüche, die er sich da erhofft hat. Ähm, auf der anderen Seite, irgendwann, ich vermute mal so, dass ihm irgendwann dann die Kohle ausgegangen ist, das Ding ja auch entsprechend zu unterhalten. Und irgendwann hast du dann, grad bei einer Immobilie den Moment verpasst, dann verfehlt das ja. Es ist ja so, dass das in den Medien ja auch immer sehr schnell auseinandergenommen wird. Da gibt es Schlagzeilen, die sagen, also ja, da ist ja sowieso Schimmel drin, das ist gar nichts mehr wert, diese Immobilie. Äh, weil sie das von irgendjemandem gehört haben, äh, dann gibt's die Nächsten, die sagen, es ist unverschämt, dass man sowas besetzt. Ach so gut, die Gesetzgebung ist ja anders. Aber wenn jetzt Leute das schlechtreden, um das, ich sag mal, zu entschuldigen, was hier passiert ist. Ähm, entschuldigen, ich finde, dafür wirst du nie eine Entschuldigung finden, weil es einfach nicht korrekt ist sowas. Ähm, klar, es gibt Räume, da sieht man das auch ganz, ganz stark, dass es Schimmel an den Wänden hat, vor allem an den Decken. Ähm, ich denke, man müsste das einfach auch prüfen lassen, was da noch machbar und rettbar ist. Einfach nur, weil man's gehört hat, finde ich, ist es schade, sich da ein Urteil zu erlauben. So, wir sind jetzt an einem Ort, das hat in den Zeitungen für Schlagzeilen gesorgt, wegen, ja, Schimmel. Man sagt, das sei hier gar nicht zu retten, das muss verfallen. Ja, wenn man noch, wenn man jetzt noch ein bisschen gewartet hätte, dann wär das auch so gewesen, ne, so fängt das an. Aber, wir haben hier das Glück, dass das wirklich hier gerade der Anfang ist. Und das bekommt, hier müssen wir vier Balken austauschen, und dann wird das wieder fit gemacht, da kenn ich, hab ich meine Jungs wieder können. Und, ähm, ne, was ich nicht selber kann, da kann mir dabei geholfen werden. Ne, und dann haben wir hier noch so, ich hab jetzt hier diesen Schlagbereich gerade erst mal schon mal angefangen. Sieht aus wie Sau, kein Urlierer. Da sind hier halt zum Beispiel auch diese, da ist einfach die Farbe von der Wand geblättert, so, das mach ich selber so danach. Also, da hab ich starke Probleme. Und, ähm, das kostet jetzt auch ein Vermögen, das Ganze wieder herzustellen, in einen Zustand zu bringen, wo man es halt nutzen kann. Baupi wird das ja jetzt machen. Er hat gesagt, ja, ich, äh, ich lass das jetzt hier nicht verfallen. Es wird ja alles frei gemacht, draußen, es wird gefegt, es wird Uncounted weggemacht, ähm, also es wird wieder zu einem Wohnraum werden. Was haltet ihr davon? Ist das, ist das für euch ein Spinner, oder, äh, hat das was Gutes, was er macht? Na, für die Immobilie hat das was Gutes. Ich denke mal indirekt auch für den jetzigen Eigentümer, dass er, sag ich mal, die Immobilie in einem besseren Zustand zurückbekommt. Er hat ja angedeutet, dass er dann, wenn der Eigentümer sagt, jetzt möchte ich gerne meine Immobilie wiederhaben, dass er dann auch freiwillig das Feld träumt. Ähm, dann hat, haben ja, sag ich mal, beide, oder alle drei davon, äh, partizipiert. Also, Baupi selber, dass er hier leben konnte, die Immobilie und der Eigentümer auch. Also insofern, wenn das wirklich so kommt, dass er dann aber auch freiwillig die Immobilie verlässt, ist es in Ordnung. Ähm, eine Besetzung, was man auch schon gehört hat, wo dann die Immobilie praktisch, wo das Gegenteil passiert, wo sie dann mehr oder weniger ruiniert wird, das kann man natürlich nicht gut heißen. Ähm, dann will ich hier einfach ein schönes Schlafzimmer draus machen und da ein schönes Wohnzimmer draus machen. Und das so in einem Rahmen, so hab ich mir das gesagt, so ein Monat bis ein Jahr. Also ich hab ja immer noch dieses Ding am Laufen, dass ich Ende Juni aufs Boot ziehe. Ich wär um die Welt reisen noch, ne? Weil das ist hier in dem Sinne nicht eine Hausbesetzung. Ähm, wenn der Besitzer kommt oder wenn wir gebeten werden aus einer, ähm, von einer Instanz, die das auch wirklich befähigt ist, zu, dann gehen wir ohne Wenn und Aber. Und es ist einfach wichtig, so lange her sein zu können, solange das wir das Sauge halten. Ja, weil wir verlangen nichts dafür. Wir sagen einfach, hey, wir nutzen jetzt einfach diesen Lebensraum. Ja, ihr kennt das ja jetzt auch nur aus den Medien, kennt Bauke jetzt nicht persönlich. Ähm, es steht ja drin, von Hippie bis, äh, alles Mögliche schreibt man da. Äh, das kommt ja jetzt, ist ja ganz groß in den Medien drin. Ähm, verliert man eigentlich manchmal so ein bisschen aus den Augen, dass man sagt, Mensch, äh, warum? Und diese Frage, warum steht das jetzt leer, warum schafft es keiner, diesen Wohnort zu beleben? Ich denke, es wird schwer einfach, ähm, da was Passendes draus zu machen. Die, die Vermögenswerte zu halten, so wie sie jetzt vorher gewesen sind, ähm, das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Also man muss ja gucken, dass man irgendwas Sinnvolles, ähm, daraus machen kann, dass es auch einen entsprechenden Nutzen hat. Und ich denke, das wird die, die, die Problematik dabei sein, dass man eben auch, äh, wenn man diese Wohnungsnot, ähm, sieht hier auf Mallorca, da auch was draus zu machen, wo man sagt, ähm, da können mehrere davon partizipieren. Denn einer alleine, da hat man ja wieder so einen Trunkbau. Das muss ja wieder erhalten, äh, äh, werden. Und ich denke, das macht ja keinen Sinn. Und ich hatte eigentlich gedacht, das ist Juni 2018, aber das wäre immer noch machbar. Ich kann das hier auch in einem Monat einrichten. Und keine Sorge, ich werde nicht Ikea erlauben hier. Ikea wird das hier nicht einrichten. Aber ich bin mir sicher, wir würden das überhaupt ja in einem Monat schaffen, das Ding hier so, also natürlich schaffen wir das in einem Monat, das schaffen wir in einer Woche, wenn es sein muss, ähm, das hier soweit wieder richtig fit zu machen. Ähm, ist halt aber eben auch, ne, wir wollen hier einfach nicht, äh, ich, ich, ähm, gebe hier gerade nicht jedem, bloß weil ich Kohle dafür kriege, irgendwelche Interviews. Ich will das hier unter Kontrolle behalten, bekommen das Projekt auch. Und deswegen, äh, verzichte ich da lieber auf ein bisschen Geld und guck, dass das, was da jetzt gerade rausgeht, eher exklusiv ist, damit das alles so ein bisschen, klar, damit wir ein bisschen Geld hier an Projektgelder reinbekommen, die wir nutzen können, aber halt auch eben zeigen können, dass man für sowas gar nicht unbedingt viel Geld braucht. Das ist das, ja. Entstanden ist der ja mal, weil jemand meinte, ich habe mit so einem Lebensraum verdient, man kann diesen Punkt ja noch überall sehen hier, der hier war, äh, äh, ja, Boris, Boris Becker hat hier mal eine Zeit lang verbracht, weil er meinte, ich habe mir das verdient, der musste sich das ja im Sport auch hart erarbeiten, dass er dann so berühmt wurde, äh, ist das für dich so ein Versagen dann, wenn es dann so weit kommt? Ich habe mich, die Frage habe ich mir jetzt schon ein paar Mal gestellt, vor allem allein schon, wenn man oben steht, äh, aus dem Fenster schaut und das ganze Land eigentlich im Überblick hat und man sich vorstellt, was das wohl für ein Gefühl sein muss, wenn einem jetzt das selber gehören würde, wenn man jetzt das Geld in die Hand genommen hat. Ich habe mich auch, auch gefragt, was muss in einem vorgehen, dass man so ein Gelände vergisst oder verkommen lässt oder dann, je nachdem, auch noch abstreitet, dass man es überhaupt besitzt, ähm. Äh, ich komme ja durch zu Ruhe, äh, weil draußen scheint die Sonne, was ne Monne, kommst du mit? Warte, Donne, blöde Nonne. Warum jetzt eben mal, warum sitzt du im Kamin zum Singen? Oh mein Gott! Keine Ahnung. Doch, ist die Kamin. Ich fand das einfach sehr ansprechend hier. Ja. Die Symmetrie des Raums, ich habe hier, das ist mein Dojo jetzt, gerade für die Zeit, in der ich mich hier aufhalte und das so als mein Zuhause gerade empfinde. Das ist halt schon eine Spezialimmobilie, also das ist jetzt nichts, was ich jetzt an Otto Normalverbraucher verkaufen kann. Da muss ich wirklich jemanden finden, der das Ding hier nicht nur kaufen kann, sondern auch unterhalten kann. Na ja, dann kommen aber noch andere Sachen ins Spiel. Die Frage ist ja eigentlich, wem gehört das ganze Ding jetzt hier, ne? Das hatte ja mal angeblich einen Wert von 15 Millionen und dann waren es nur noch 7,5. Der Remus marktet es im Moment für 7,5 Millionen. Der Preis ist mittlerweile aus dem Internet verschwunden. Das ist es, glaube ich, in dem Zustand auch nicht wert. Aber wenn jetzt wirklich jemand kommt, der sagt, ich gehe da mal rein. Ja, wie viel will der denn bezahlen und wie viel muss er investieren, um das wieder herzurichten? Dann kann es sein, dass das Ding irgendeiner Bank gehört. Die können das natürlich ganz anders abschreiben, ne? So eine Bank, die sagt, irgendwann ist nicht zu vermarkten. Und dann hat man vielleicht wirklich eine Chance, hier raus was zu machen, um, angeblich gibt es 1200 Obdachlose in Offenburg, ne? Dass man sagt, gut, da wird jetzt was draus. Aber das bedeutet irgendwie eine Stiftung, eine Schenkung, was auch immer. Ein Privatmann wird es nicht einfach mal so irgendjemandem zur Verfügung stellen. Die Leute gibt es, glaube ich, nicht. Und ich diesen Kreativraum hier gerne als solchen auch wieder nutzen möchte. Und irgendwie ist das hier für mich so der Betriebeplatz. Und dann könnte ich gerade nicht den Kopf stoßen. Kamin. Das, das... Supernause. Und wie beheizt du den Raum dann? Wenn es kalt ist im Winter? Können wir uns da im Winter mal drüber unterhalten. Aber ich habe keine Ahnung, wie unsere Möglichkeiten bis dahin aussehen. Wer weiß. Komm dann wieder. Ja, wie immer, wenn es gefällt, Daumen nach oben und Abo anklicken, oder wie war das? Ja, genau. Wenn es euch gefällt, was ihr hier seht, dann teilt es doch einfach. Kommentiert, wenn es euch nicht gefällt, halt die Fresse. Guckt gleich was anderes an, aber es braucht keiner mehr zu wissen, wer was doof findet. Wenn es euch nicht gefällt, wenn es euch nicht gefällt, dann geht es doch einfach mal ein Kind, weil er kennt es nicht. Lern es uns noch gerne. Genau so wie alles vom Leben zu benennen. Worte zu finden. Ja, ja. Worte zu finden. Ja, ja. 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 Abhängigkeiten aufzubauen und landen auf jeden, was sie zu hauen. Doch alle ist da, es ist bloß nicht drin. Mach kurz mal deine Augen zu und dann stell dir vor, wer du sein kannst. Wenn du nicht ständig an, dann hinterher rennst und dann. Mach die Augen wieder auf, denn direkt vor deiner Nase lebt er, nimmt dein Leben seinen Lauf. Fang an, es zu leben und zu leben und zu genießen, sonst kannst du dich auch röchern und erschließen. Kommt ein Hippie an die Ecke und dann nehmen die Mühltanne. Nee, warte mal. Oh, komm. Den muss ich noch zu Ende bringen. Komm ein Hippie, um die Ecke fällt die Mühltanne. Nee, warte mal, lass mir scheiß Mühltanne weg. Komm ein Hippie, um die Ecke fällt den Abfall einmal. So bin ich auf jeden Fall der bessere Reimer. Mal doch, die Geschichte.